...anrichtet Raffaella. Das erste gute Werk. Das erste von vielen. Haarfarbe Rötling. Wer hätte das gedacht? 6 Mark. Das Leben ist ja sowas von teuer, Raffaella. Ja. Identität. Was das wohl ist? Wird ja viel davon geredet. Wenn wir gleich sehen, schauen Sie auf das Fixvögelchen. Ohne Identität ist bei dir nichts, Raffaella. Familie, Nane, Nane, Geburtsdaten, das brauche ich ja jetzt alles. Wenn man hier nämlich kein Abbild von sich hat, ist nun ein Niemand. Erst mit einem ordentlichen Bild wird man jemanden. Der richtige Name ist schon die halbe Miete. Kurz und bündig muss er sein. Nomen ist oben. Karren Engel.